Loll sofort da Dann hab ich tot Bist du schon drauf? Ja Mich Kino? Ja Wo sind Ein Hass und Tod Gibt's mehr? Ja Ja Einen hab ich noch geültet Äh Wo bist du? Standard Na Ähm Wo hast du die gesehen? Du hast eine erste Reihe Mischkino Ich bin jetzt auch erste Reihe Mischkino Ja Wie geh in der Tonne Ungefähr Ja gut Der andere ist am Grundschiff glaube ich Ja dann müsste ich ihn ja eigentlich beeilen irgendwie ne Ich bin fertig mal Wo Hast du geschossen? Ja Wo Hast du geschossen ungefähr? Hier hin Hier hin Also nach oben im Wald Ja wo genau im Wald Von dir aus 12 Uhr ungefähr? Ja Ok ich bin von dir aus ungefähr da 2 Uhr 1, 2 Uhr Passt ab Äh Passt ab Äh Passt ab für Panzer Ja Versteh dich So jetzt musst du Die Tanne Eine Tanne weiter vor dir Da liegen zwei drin Einen seh ich Einer liegt dahinter Unter dem Stamm Oder? Ja ich hab beide Oder? Ja ich hab beide Oh Ich seh hier ein bisschen knitz Oh ich seh dich jetzt aber Ich renne jetzt hoch Oder ich lauf dir die Mauer entlang und dann halt zur Straße Ach du hast auch noch nen Gilly Was hast du jetzt? Steuern und Blaze? Ne ne ich hab ein paar K1 und 1 zum Blaze Ne ne ich hab ein paar K1 und 1 zum Blaze Egal wohin ich steh Egal ich denk an mein PC Er steht und wartet Dass jemand Wind startet Er steht und wartet Dass jemand Wind startet Er steht und wartet Du bist nicht stehen geblieben oder? Nö ich laufe Oh gut aber das sind Zombies Ja nice 2-0 würde ich sagen 2 Kills 0 Tote Jo Kann man machen Gerade reingekommst und was passiert aber gut 5-0 0 Tote K2 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 Oh K2 K2 K4 Ich hab noch nie in der Stadt gelooptet, also richtig die Häuser abgedreht Höchstens bei der Base Ja Ich muss sagen, die läuft gerade gar nicht so gut bei mir Doch nicht Boah, wie viel gerade der Schock ey Auf dich oder auf mich? Keinen von uns Ich komm zur Polizei Ich bin oben in der... in der... Ja, oben In zweiter... in zweiter Etage Sind alle Türen offen, ne? Beispiele mindestens Ich sag, wenn du irgendwie reinkommst, hochkommst Beispiele auf Ich hab ja wieder aus der Polizei raus, ey Hier hat man keinen guten Punkt Ich weiß nicht, wo du... von wo die kamen Alle direkt bei uns Ich kann mir von mir nicht zuordnen, wo die kamen Ich bin in der Polizei unten beim... äh... Zweiten Ausgang Nicht Hauptausgang Nicht Hauptausgang Dann... nicht Hauptausgang Dann... nicht Hauptausgang Kommt jemand? Kommst du? Ne, ich komm nicht Schrette bei mir Und Zombie... aber nicht auf Luft Und Zombie... aber nicht auf Luft Ich sitze in der Falle, ey Bis hinter der Polizei ist der Evo Zwei Spieler Ja, einer wenigstens Hast du einen Blick auf die Polizei... auf den zweiten Ausgang? Siehst du? Ja Kann sein, dass ich... kann sein, dass ich einen hab Ja, ich bin an Kansas Du bist an Kansas? Ja Wie warst du denn? Ähm, direkt wenn du aus dem Haupteingang kommst Rechts Haus daneben Da liege ich hinter Ich weiß auch nicht, ob ich wiederkomme Ich glaub nicht Aber der andere müsste tot sein Ich hab für mich Ich war für mich Ich bin ein Hauptausgang, äh, direkt rechts Hauptausgang, da ist auch so ein Tank, da stand ich hinter Und der müsste auf der anderen Seite vom Tank auf der Straße liegen Ich glaube, ich blute nicht Ich weiß nämlich nicht, ob ich geblute Aber es sind auch zwei andere Probleme, nicht, auf keinen Fall bandagieren Einer ist tot auf jeden Fall Der liegt da oder was? Einer liegt da, ja, aber am Zaun Ja, den habe ich getötet Ich lieg sozusagen hinter dem Haus, dann kann ich einmal vorbeilaufen Gucken auf den Zombie auf mich einschlägen Ah fuck, einmal getroffen, ich habe einen gesehen Kurz getroffen? Nein, ich habe ihn getroffen Okay Ich schieße auf die Zombies Ich weiß nicht, ob die Zombies dich attackieren Ja, ich bin schon tot Ach, du bist tot Da gibt es noch etwas, wo man irgendwo hochgehen kann Da gibt es noch etwas, wo man irgendwo hochgehen kann Oh, ich sehe einen Mit Kauberhut auch Oh, ich glaube, der ist bei deiner Leiche Du bist hinter dem Haus, oder? Aber noch am Tank oder andere Seite jetzt? Richtig hinter dem Haus, nicht am Tank Okay, dann läuft einer Aber das war kein sicherer Schuss Komplett in grün gekleidet Oh, bleib doch stehen Oh, nein Alter, Leute Okay, da kommt Zombie, deswegen mit Kobo Zwei Leute, einer mit Kobo und einer ganz grün gekleidet Wir sehen uns doch die Die sind nicht Da muss er doch weiter Was ist das oder die? Ich hab nicht geschossen Oh Gott, ist es schweben Der Online-Host? Ja gut, ich kämpfe jetzt ein bisschen, aber eigentlich Wollen die sind beide in verschiedene Richtungen, Mann Der eine ist 12 Uhr von der Leiche aus, die ich sehe Und der andere ist links angekommen Komplett andere Richtung gerannt Oh, einer geht da wieder hin Nein, 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 nicht dahinter Oh nein, der ist down Der ist down Willst du das? Ja, der liegt Er ist down Zwei Schüsse Er ist beine gebrochen, glaube ich Und dann Er ist down auf jeden Fall Und die Leiche ist weg Welche? Die erste? Die erste, ja Ist das schon? Na egal So, jetzt musst du aber auf deine Tür aufpassen Nicht, dass sie dich von hinten holen Ich müsste eigentlich die Position wechseln machen Irgendwie, dass ich die Leiche noch im Blick habe Leg die CD endlich ein Okay Und fang an laut zu schreien Wir sind Gamer Deine Leiche wird dann auch wohl weg sein Ähm Bist du noch im Steam? Ja, ich bin im Stream Siehst du was? Soll ich sehen? Also jetzt guckst du grad auf die Tür Alles klar, weil Ähm Ich guck ja mein Steam auch Und ich seh nur noch Straßfeld Ja, ich seh alles Ich glaub die konnten gar nicht äh Orten wo ich bin Du darfst immer wieder gehen Dann ist ja Hörst du die Musik eigentlich auch im Hintergrund? Ja Das ist doch gar keine Schritte, oder? Doch Aber ich hör die anders als ihr Ich glaub sie äh Im Stream nochmal zu versperren Im Stream Also ist hier im Stream Loader So, dann steht dir jetzt jetzt 4-1 Und wenn du schnellst möglich zurückkommst Das ist einfach auch nochmal gut Aber der liegt mitten auf der Straße jetzt, ne? Das ist da viel blöd So, Granate Und dann ausziehen einfach nur und dann wieder behofft Nein, nein, dann würde ich erst hier kommen, würde ich smoke nehmen Dann eine Auch um die Leiche rumrennen Ich hab ne Flashbang Und ne Handgranate Aber kann das Doch Eine weiße Weiße Echt? Das gleiche Wenn du rechtzeitig da bist, nicht dass die schon weg ist Ich glaub schaff ich's Die andere ist schon weg Die andere ist schon weg Aber ich hab die anderen beiden nicht mehr gesehen Abfll Mach mal Ach kann aber es gut sein, dass ich direkt drauf gehe Musik Leute, da läuft einer hin Er loutet Ballern um Er ist tot Mit dem Power-Root Aber da hat vorher schon jemand geschossen drauf Ich hab den Einschlag gesehen Das heißt, es gibt hier mindestens noch einen Wie ich es erwartet habe Aber der Einschlag, der war am, wenn du jetzt guckst, am Kopf des ersten Toten Mach da gleich mit der Rauch, das wird klappen Ja, jetzt liegen da zwei, ne? Nass du gucken, wenn ich mir das so ein bisschen nimmst Eben schnell eine Waffe, Rucksack und dann... Der grüne Rucksack vom Korbauer-Spritzen, der scheint noch gut zu bleiben Boah, da hinten läuft ein Zombie rechts rüber Ja, habe ich gesehen Ich kann aber nicht verfolgen, wohin genau Ah, das ist mega nice eigentlich Ja, die Revolution hast, zwei Schüsse gezielt Ich hab bis jetzt... ja... sechs Schüsse habe ich bis jetzt abgegeben Vier davon direkt getroffen... äh, fünf getroffen Vier Schüsse getroffen Vier, die durch Tod... die den töten Die, die töteten Vier bisschen Okay... Schuss Die kam von... wo kam das? Dich, oder was? Ich glaub' nicht auf mich Du hast... du von ihr in der Nähe was wärs doch wenn er im haus über mir war das war ne sniper ne ja ich glaube musik gegenüber der schreck gegenüber der polizei fast gegenüber der islans ich denke mal du kommst von deiner seite aus ja ich weiß welches ausgubst komm jetzt sofort rein ja du bist so eine frau ne ja ich nehme die smoke da hin eine leiche ist weg liegt nur noch der mit dem cowboy gut da ich sehe die laufen ok keine schüsse bis jetzt ich höre noch keine ich habe die leiche jetzt auf jeden fall nicht dass sie am besten an der leiche fallen ich habe ak du hast ak ja du läufst weiter ne vielleicht kommen wir da zu der wall ja gut jetzt wissen wir wo wir sind wenn die dich verfolgt haben der granate ähm ging über die tür bin drin ne hat mich erschreckt ging über die tür die ist offen die war doch eben noch zu meinen die holzerne oder kam zu von da durch häuser gerannt ging auf ne aus muss ich mal den kurz dazu eben nach du mit eben alix bei bei Ich bin in dem Zimmer wieder, ne? Ja Vielleicht, ähm, noch M4 Munition über 30 Schuss oder sowas? Oh, knifflig, ich hab 2 Mechs, 1, 24, 1, 25 Ja, alles gut Ich kann ein bisschen splitten, kann ja Nein, nein, alles gut Aber wie viel hast du? Weiß ich, Alter, 1 Mecke, Mecke sind hab ich voll Noch einmal rausgehen? Wird sie, äh, jetzt komplett ausziehen sollen noch, vielleicht Der Rest war nix Ja, einfach ausziehen, damit was das Lockt vielleicht jemand an Noch mal raus Ja 1 hab ich, oder? Ne, mit Boot Mit dem Hausshorn 2 Ja, mit dem Hausshorn 2 Oh Vielleicht die Treppe mal abchecken Alter, Schuss auf die Sniper Drei Parteien schon wieder hier anwesend, ich glaub's Ne Aber ich renne nicht noch mal hoch, Alter Oh Bitte? Ich renne aber heute nicht noch mal hoch Nicht noch mal? Ne Soll ich runterkommen? Nein, nein, alles gut, ist wichtig Das war aber jetzt ne kurze Runde dann, ne? Eine Stunde Ja, aber gut, und ich sterbe zweimal, dann Ich brauche nochmal zu rennen Ich brauche Ich brauche Ähm, was hattest du gesagt? Gut. Nein, aber neben mir eingeschlagen. Von dem First Person und so? Ja. Es war aber keine SOD. Anschlag gehört. Ja, die SOD habe ich ja eben schon die ganze Zeit gehört. Also den Schuss an sich. Und wenn die dann auf mich feuern würde, dann würde ich auch den Schuss haben. Nicht nur den Anschlag. Der kann, glaube ich, nicht so weit so schnell weggerannt sein, die mich gespottet haben und dann geschlossen haben. Glaube nicht. Kommt ja bei dem Soundsystem. Ja, du mal. AK ist auf jeden Fall noch am Start. Ja, wo renn ich denn jetzt hin? Was sind denn hier Zombies? Das ist ja auch am Start. Doch die doch nicht beim Stringen. Ich bin jung. Ah ok, dann geht's anno Fuck Ich wusste doch, der Mosin-Typ ist hier in der Nähe, der hat zwei Waffen Die Schweineflüster, ey Das liegt nicht so gut Mann Ich bin bleib nie getroffen Aber eigentlich müsste ich doch nur auf den Schuss gehört haben, oder? Ich bin grad am mw3 zocken, ich hab's grad nicht gehört Okay Und was zocken? Äh, Call of Duty, der W3 Okay, da läuft hier einer Fuck Zwei Leute und ich schieße, wo schieße ich denn hin, bitte? Die schlugen alle vorn oder vor ein, ne? Fuck Doch, 300 Und da liegt auch wie bei einer Leiche Und da liegt auch wie bei einer Leiche Und er wusste genau sofort wo ich bin, ey, das gibt's doch nicht Ja gut, äh, ich würd sagen Ich würd mich jetzt hier auslocken, wenn ich beziehen Ich bedanke mich herzlich, dass ihr teilgenommen habt hier heute bei Monday am Feiertag Und da gibt's ja Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart Vielen Dank an meinen Kollegen, der mitgezockt hat Und wir sehen uns hoffentlich, ähm Ähm Des Weiteren demnächst Wieder Entweder zum normalen Stream oder zum Montresi Je nachdem Vielen Dank und tschüss Und, äh, vergesst nicht, 47 Ich würde mich auf, ne? Ich würde mich auf, ne? Ich würde mich auf, ne? Und, äh, vergesst nicht, 47 Und, äh, vergesst nicht, 48 Untertitelung des ZDF, 2020